Meine Damen und Herren, ich teile Ihnen mit, dass noch eingegangen und an Sie verteilt worden ist, zu Tagesordnungspunkt 9, zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Neufassung der Hessischen Bauordnung zur Änderung landesplanungs- und straßenrechtlicher Vorschriften, Drucksache 19, Drucksache 19, Drucksache 19, Drucksache 19, ein Änderungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der FDP mit Drucksache 19, 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 Drucksache 19 und den gerade eingegangenen Änderungsantrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN und der FDP, Drucksache 19. Ich bitte als Erstes Herrn Reif für die Berichterstattung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich gebe den Bericht der Beschlussempfehlung und den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zur Neufassung der Hessischen Bauordnung und zur Änderung Landes-, Planungs- und Straßenrechtlicher Vorschriften. Das ist die Drucksache 19.5379 aus der 19. Legislaturperiode. Hierzu den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN und der FDP, Drucksache 19.6379 aus der 19. Legislaturperiode. Die Beschlussempfehlung lautet, der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90, DIE GRÜNEN und der FDP bei Enthaltung von SPD und DIE LINKE den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19.6379 aus der 19. Legislaturperiode und damit in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. – Vielen herzlichen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD Danke, Herr Reif. – Ich eröffne die Aussprache. Vereinbarte Redezeit sind zehn Minuten. Als Erster hat sich Herr Lenders für die FDP-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Änderung der hessischen Bauordnung in diesem Fall ist schon eine Besonderheit. Da das Gesetz heute nicht nur mit den Koalitionsfraktionen, sondern auch mit der Fraktion der FDP geändert wird – das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist schade, dass wir heute so wenig Zuschauer haben, die dann einmal mitbekommen können, entgegen all dieser Vorurteile, die man immer über Parlamenten hat, dass so etwas möglich ist. Das passiert eben auch nicht aller Tage. Ich möchte deshalb auch ausdrücklich meinen Kollegen von CDU und GRÜNEN meinen Dank aussprechen, dass das möglich ist, aber auch im Staatsminister Al-Wazir. Denn wir ändern ein Gesetz der Landesregierung. Das ist auch noch längst keine Selbstverständlichkeit, dass ein Minister sagt, jawohl, das ist ein Okay, was da aus den Fraktionen kommt, und dann sogar auch noch eine Oppositionspartei dabei ist. Frau Kollegin, ich weiß gar nicht, was es da rumzudeuten gibt. Wahrscheinlich hätten Sie auch gerne dabei sein wollen. Ihnen geht es darum, dass Sie jetzt unbedingt das Bild stellen wollen, dass sich Jamaika anbahnt. Meine Damen und Herren, wir haben uns mit der Sache auseinandergesetzt. Das mögen Sie anders sehen. Die hessische Bauordnung ist eben viel zu umfangreich, als dass man das für politische Auseinandersetzungen nutzen sollte. Ich möchte auch deutlich machen, dass ein Punkt, über den wir uns sehr gefreut haben, dass wir uns darüber einig wurden. Das ist die Frage, dass wir in der Erleichterung und Vereinfachung, was das Bauen mit Holz anbelangt, hier einen Schritt weiter gekommen sind. Ich will mich da auch gar nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist eine Idee, die mir Herr Kraushaar von der Architektenkammer in Hessen auf den Weg gebracht hat. Meine Damen und Herren, hier sieht man auch, dass, wenn man Anzuhörende ernst nimmt, und das haben wir gemacht, dass es dann eben auch tatsächlich Einklang in die Gesetzgebung findet. Warum ist uns Holz als Baustoff so wichtig? Es ist der heimische Rohstoff überhaupt. Es ist ein Rohstoff, der eine regionale Wertschöpfung darstellt. Hessen ist das waldreichste Bundesland, und das Bauen mit Holz hat Jahrhunderten zu unserer Tradition in Hessen gehört. Deswegen ist es gut, wenn wir dem Rohstoff Holz als Baustoff wieder mehr Platz einräumen. Meine Damen und Herren, wenn wir hier mit der Änderung auch Vorreiter in Deutschland werden können, dann ist es ein sehr gutes Signal. Holz als Baustoff wird es uns erleichtern, gerade was es anbelangt, wenn wir in den Ballungsräumen über Nachverdichtung sprechen. Holz als Baustoff lässt sich dort viel leichter über die Einrichtung der Baustellen einsetzen. Es lässt sich über die Aufstockung viel leichter einsetzen. Es ist dazu auch noch ein Beitrag zum Klimaschutz, denn dort wird am Ende wirklich nachhaltig CO2 gespeichert. Meine Damen und Herren, mit den Änderungen im Bereich der Sonderbauten zu den Kindertagesstätten wird im vertretbaren Umfang die notwendige Flexibilisierung ermöglicht, die Städte und Gemeinden brauchen, um die notwendigen Kita-Plätze erreichen zu können. Positiv ist außerdem die Konkretisierung der Abläufe und des Informationsaustaus zwischen den Gemeinden und der Bauaufsichtsbehörden. Dadurch sollen die Genehmigungszeiten verkürzt werden, was ganz in unserem Sinne und im Sinne der Bauherren ist und im Sinne darauf, dass wir Baukosten reduzieren wollen. Mit der in § 6 vorgesehenen Regelung zum Bestandsschutz für abgerissene Gebäude, die an gleicher Stelle und in gleicher Kultur wieder errichtet werden, für die flexiblen Abstandsregelungen gelten, wird es im Klartext einfacher, wenn eine alte Scheune abzureißen und an der gleichen Stelle ein Wohnhaus zu errichten sein wird. Meine Damen und Herren, das haben vor allem CDU und GRÜNE vorangetrieben. Wir nehmen die Idee aber auch sehr dankbar mit auf. Das hätten wir uns dann auch nicht zugetraut, das in Gesetzesform zu gießen. Aber dass das passiert, ist eine sehr gute Geschichte. Das macht es vor allem auf dem Land leichter, Lücken zu schließen und neue Wohnungen zu errichten. Nennen möchte ich auch das Thema Barrierefreiheit. Hier wurden Kritikpunkte aus der Anhörung aufgegriffen, sodass in Zukunft sichergestellt ist, dass überall da, wo die Hessische Bauordnung einen Aufzug verlangt, dieser Aufzug auch rollstuhlgerecht sein muss. Darüber hinaus wurde an zahlreichen Stellen weitere Anpassungen an die Musterbauordnung vorgenommen, sodass wir hier transparente Regelungen bekommen. Auch beim Thema Prüfingenieure für Brandschutz bekommen wir eine flexible Lösung, die uns vor allem wir als Freie Demokraten gewünscht haben, die Benachteiligung der hessischen Fachleute gegenüber anderen Bundesländern beseitet. Hier wollten wir nicht dem Ratschlag folgen und auf die Bundesbauministerkonferenz warten, sondern hier werden wir als hessischer Gesetzgeber schon viel schneller tätig. Meine Damen und Herren, der vorgelegte Gesetzentwurf mit den Änderungen ist eine gute Grundlage, damit das Bauen in Hessen eine neue Stufe erreicht und innovativer, digitaler und einfacher wird. Zum Antrag der SPD kann ich sagen, die Hessische Bauordnung wird wahrscheinlich immer ein stetiger Prozess sein. Das ist kein abgeschlossener Prozess. Deswegen kann ich es verstehen, dass die SPD hier eigene Vorstellungen einbringt, die wir gerne noch prüfen wollen. Ich glaube aber, wenn jemand den Anspruch erhebt, jetzt eine hessische Bauordnung zu verabschieden, ein Gesetz zu verabschieden und zu sagen, das war es jetzt, der wird mit Sicherheit eine Fehleinschätzung aussetzen. Die Hessische Bauordnung und das Bauen insgesamt ist ein stetiger Prozess. Ich kann Ihnen sagen, wenn wir jetzt, vielleicht nicht heute, aber dann am Donnerstag, dieses Gesetz verabschieden werden, kann man sich schon wieder Gedanken über die nächste Evaluierung machen. Das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Ich bin aber sehr froh über die gute Vorlage, die die Landesregierung hier schon geliefert hat, dass wir es mit den Fraktionen von CDU, GRÜNEN und FDP noch ein bisschen harmbesser machen können. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Barth für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bauen soll einfacher, schneller und günstiger werden. Dies war der Anspruch, den Sie, den wir alle an die Novelle der Hessischen Bauordnung hatten. Denn wir wissen, dass dieses Gesetzeswerk wesentlichen Einfluss auf Dauer und Kosten vom Bauvorhaben hat. In einer Zeit, in der wir dringend schnell neuen und vor allem bezahlbaren Wohnraum benötigen, ist dies einfach ein Gebot der Stunde. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Doch weder in Ihrem Gesetzentwurf noch mit dem Änderungsantrag der Jamaika-Koalition sind wir diesem Ziel wirklich näher gekommen. Jedenfalls haben Sie einige wichtige Punkte, die Bauen einfacher, schneller und günstiger gemacht hätten, einfach liegen gelassen. Deshalb bringen wir heute unseren Änderungsantrag ein, der im Wesentlichen auf Anregung von Fachleuten Fuß, die wir aus der Anhörung aufgenommen haben. Es bleibt die lange Liste der Sonderbauten in § 2, die Bauen wegen erweiterter Genehmigungs- und Brandschutzvorschriften kompliziert und wegen fehlender Genehmigungsfristen langsamer macht. Das gilt für Büros und Verwaltungsgebäude bereits ab 3.000 m², sowie für Gemeinschaftsgaragen bereits ab 1.000 m². Jeder weiß doch, dass Tiefgaragenplätze der Kostentreiber beim Bauen sind. Daher schlagen wir hier großzügigere Regeln vor. Aber auch bei Gebäuden für neue Wohnformen sind Ihre Regelungen restriktiv. Die Auflagen z.B. für Betreuungswohngemeinschaften sind so kostenintensiv und schwer realisierbar, dass sie hier wieder als Baubremse auftreten. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Bei kleinen Kitas in Erdgeschossen hat die Koalition zum Glück mit ihrem Antrag das Ministerium zur Vernunft gebracht. Denn gerade jetzt, wo wir händeringend Kita-Plätze brauchen, wäre es wirklich ein Treppenwitz gewesen, hier auch noch das Bauen von kleinen Kitas in Erdgeschossen zu erschweren. Wir halten es hier mit dem VHU, der sagt, Sonderbauten sollten sich tatsächlich nur auf besondere Bauten beschränken, die so außergewöhnlich sind, meine Damen und Herren, dass standardisierte Regelungen nicht greifen. Denn das ist richtig. Auch bei den Fristsetzungen in § 70 hätten Sie die Möglichkeit gehabt, Bauen schneller und damit günstiger zu machen. Wie oft kommt es vor, dass vor Ende der Dreimonatsfrist bei einer Baugenehmigung noch Unterlagen und Gutachten nach verlangt werden? Fragen Sie doch einmal bei Bauherrn nach. Wir fordern daher eine Vollständigkeitsprüfung für die Unterlagen nach einem Monat, damit die Dreimonatsfrist nicht so oft wie derzeit gerissen wird. Denn so wird Bauen schneller. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Sie haben zwar eine neu gefasste Stellplatzsatzung, Herr Minister, bei der man Autostellplätze nun auch durch Fahrradstellplätze ersetzen kann. Aber ich habe schon in der ersten Lesung gefragt, wieso kann man denn einen Autostellplatz nur durch vier Fahrradstellplätze ersetzen? Wer hat denn so viele Fahrräder, und was wird dabei dabei am Platz gewonnen? Brauchen wir bei einem geänderten Mobilitätsverhalten gerade in Großstädten immer noch so starre Regelungen? Sie haben ja nicht einmal die Nutzungsmöglichkeiten von Garagen geändert. Bei Ihnen darf ich mein teures E-Bike immer noch in meiner Autogarage nicht abstellen, was wirklich Quatsch ist. Entschuldigung, aber ein winziger Einschub in § 2 Abs. 11 Satz 2 hätte gelangt. Das habe ich Ihnen doch gerade vorgelesen. Sie können sich gerne nachher zu Wort melden. Das ist übrigens keine Erfindung von mir. Genau das wird mit diesem Argument unter anderem vom Feuerwehrverband und von der Ingenieurskammer bemängelt. Insofern lesen Sie sich das. Herr Bauer, sprechen Sie bitte nicht dazwischen. Lesen Sie es sich in Ruhe durch. Erklären Sie es dem Minister. Die Fachverbände haben es auch angemahnt. Ich möchte noch zu einem weiteren Thema kommen. Wir sprechen momentan sehr viel über serielles Bauen. Modulbauweise mit vorgefertigten Bauteilen, die in ganz Deutschland zu günstigem und auch zu schnellerem Wohnungsbau führen könnten. Leider nicht ganz in Hessen. Sie haben sich leider nicht durchringen können. Das, was die Arbeitsgemeinschaft der Wohnungs- und Immobilienverbände Hessens und auch die Baukostensenkungskommission, die Teil des Bündnisses für bezahlbares Wohnen und Bauen war, gefordert hat, nämlich die Möglichkeit zur Erteilung einer echten Typengenehmigung für serielles Bauen. In die Bauordnung anderer Bundesländer ist das inzwischen eingeflossen. Hessen begnügt sich leider wieder nur mit Trippelschritten. Herr Lenders, Sie haben vorhin die Vereinfachung beim Holzbau angesprochen. Auch beim seriellen Bauen hätten wir hier, wie Sie es genannt haben, ein deutliches Signal setzen können. Das haben wir leider nicht gemacht. Meine Damen und Herren, es gibt viele Kleinigkeiten, die ich noch aus unserem Änderungsantrag anführen könnte. Zum Beispiel bei der Umnutzung von Büros in Wohngebäuden. Da gibt es zwar, was die Nutzungsdauer anbelangt, aber Sie müssen z.B. immer noch die Geländerhöhen ändern, also austauschen, wenn Sie hier eine Umnutzung machen. Bei kleinen Mehrfamilienhäusern müssen Sie immer noch weitere zusätzliche Abstellräume schaffen. All das sind Nickeligkeiten. Die Bauen eben teuer und komplizierter und nicht günstiger und einfacher machen, was eigentlich Ihr Ziel gewesen ist. Ein Thema will ich noch anführen, weil es wirklich wichtig ist, ein Punkt, der jetzt zwar nichts mit schnellerem und einfachem Bauen zu tun hat, aber mit zeitgemäßem Bauen im Hinblick auf unsere demografische Entwicklung. Ihnen ist bei der Barrierefreiheit leider ein Lapsus unterlaufen. Denn dort, wo bisher in § 54 Hbo in Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen die Wohnungen eines Geschosses barrierefrei sein mussten, steht jetzt eine Quote von 20 %. Nicht umsonst sind die Behindertenverbände hier sturmgelaufen. Wir haben sogar heute noch einmal eine Petition der Landesarbeitsgemeinschaft des Hessischen Clubs der Behinderten und ihrer Freunde erhalten. Ich will die Kritik hier auch noch einmal wiederholen, weil sie richtig ist. In allen Mehrfamilienhäusern mit weniger als zehn Wohnungen, und das sind bis auf bestimmte Gebiete von großen und mittleren Städten die Mehrheit aller Mehrfamilienhäuser, wird es mit Ihrer Quote künftig weniger barrierefreien Wohnraum geben. Alle kleineren Häuser haben dann, ich wiederhole es, weniger barrierefreien Wohnraum mit Ihrem Gesetz. Ich bitte Sie daher eindringlich, stimmen Sie unserer Änderung unbedingt zu, die neben ihrer 20-Prozent-Quote noch den Zusatz hat, jedoch mindestens die Wohnung eines Geschosses, damit nicht in allen kleineren Mehrfamilienhäusern künftig weniger barrierefreier Wohnraum entsteht, den wir aufgrund unserer demografischen Entwicklung dringend benötigen. Ansonsten bleiben wir bei unserem Resümee. Sie haben zahlreiche Chancen liegen lassen, die Bauen einfacher, schneller und günstiger gemacht hätten. Sie haben nun auch einige Änderungsvorschläge der FDP aufgegriffen. Wir möchten Sie daher bitten, sich auch mit unserem Antrag noch einmal konstruktiv auseinanderzusetzen. Denn wir brauchen schneller, mehr Wohnraum und vor allem auch im bezahlbaren Segment. Hierfür liefert unser Antrag wichtige Verbesserungen. Wir beantragen daher natürlich eine dritte Lesung. Vielleicht schaffen wir es doch noch, einige Änderungen mit hereinzubringen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, bevor wir weiter bauen, begrüße ich erst einmal auf der Tribüne, falls Sie etwas erschrocken sind, die Kerwekönigin Gerra Rau aus Einhausen zusammen mit Ihren Begleitdamen und Herrn Bürgermeister Helmut Glanzner auf der Tribüne. Einmal im Jahr dürfte er zu uns kommen und ein bisschen Royales hereinbringen. Herzlich willkommen und viel Spaß bei unserer Debatte. Jetzt darf ich Frau Förster-Heldmann das Wort erteilen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, die Änderung der Hessischen Bauordnung ist eine komplexe und daher auch eine sehr notwendige Aufgabe. Ich finde, das Ministerium hat uns eine hervorragende Vorlage dazu geliefert. Die Neufassung der Hessischen Bauordnung beinhaltet eine Anpassung des Gesetzes an die Veränderungen in unserer Baukultur, Veränderungen unserer Gesellschaft, Herangehensweisen an Bedarfe, Ermöglichungen digitaler und nicht zuletzt das Zusammenführen unterschiedlicher Betrachtungsweisen. Deutlich wird es bei folgenden Punkten. Ermöglichungen digitaler Baugenehmigungsverfahren, ergänzende Maßnahmen zur Schaffung von Wohnraum, Erleichterungen im Bereich Barrierefreiheit, Regelungen im Bereich der Stellplatzsatzung. Bei der Anhörung des Gesetzes wurde deutlich, dass sehr unterschiedliche Akteure mit den unterschiedlichsten Interessen ihre Belange eingebracht und deutlich gemacht haben. Es ging so weit, dass sozusagen die Forderung der einen würde einen Mehraufwand der anderen bedeuten. Deswegen finde ich, das, was wir aus der Anhörung heraus als Exzerpt genommen haben, ist ein sehr gutes Mittelmaß. Ich danke auch Herrn Lenders dafür, dass er noch einmal deutlich gemacht hat, dass die hessische Bauordnung sozusagen ein fortzuführendes Gesetz ist, das sich immer und immer wieder unserer gesellschaftlichen Anforderungen auch anpassen muss. Vertreter der Investoren und der Bauwirtschaft hatten nicht nur die Schnelligkeit der Umsetzung im Blick, sondern auch die möglichen Kosten. Vertreter und Nutzer bis hin zu den Behindertenvertretern haben ihre Sichtweise vorgebracht, die wiederum auch Kosten verursacht und produzieren wird. Ich wiederhole hier an der Stelle noch einmal, wir haben durchaus auf sehr kostenintensive Änderungen in der HBO bestanden, die vonseiten der Bauwirtschaft gerne gekippt worden wäre. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ich glaube, dass das auch ein ganz gutes Verfahren war und dass wir insgesamt über das, wie die unterschiedlichen Interessenlagen hier zusammengefasst werden, eine große Zufriedenheit erreichen. Wie bei keiner anderen Gesetzesänderung wird deutlich, wie wichtig der gemeinsame Wille ist, eine praktikable Struktur zu erreichen. Dabei wird auch deutlich, dass der Entwurf sehr wohl viele dieser Unterschiede im Blick hatte und in der Abwägung mit viel Augenmaß vorgegangen ist. Ein Beispiel ist die Abstellplatzpflicht der Fahrräder, die aus den Wohnungsanforderungen herausgenommen wird und in der allgemeinen Stellplatz- und Abstellplatzpflicht Eingang findet. Dazu gehört natürlich auch schon angesprochen bei Kommunen, die eine Stellplatzsatzung haben, die Möglichkeit der Umwandlung von Kfz in Radstellplätze. Das ist eine ganz wichtige Änderung, die gerade in den Ballungszentren auch einen großen Fakt darstellt. Wenn Sie sich z.B. einmal die Mühe machen in Wohngebiete, auch Neubaugebiete, wo studentisches Wohnen ermöglicht wird, ist es natürlich immer ganz besonders wichtig, Fahrradabstellplätze zu ermöglichen. Von Autoabstellplätzen redet da eigentlich so gut wie niemand mehr. Ganz besonders ist zu erwähnen, dass zukünftig bei Aufstockungen keine zusätzlichen Stellplätze vonnöten sind. Das ist eminent wichtig für die Nachverdichtung bei Bestandshaltern und für die Wohnungswirtschaft, weil da nämlich die Möglichkeit entsteht, eine flexible Bearbeitung von langfristigen Trends zu erhalten. Jetzt bin ich in der Zeile gerutscht. Es geht dabei noch einmal um die Umwandlung von Büro in Wohnungen. Auch die Möglichkeit, das nach zehn Jahren wieder zurückzuführen, bietet der Wohnungswirtschaft die Möglichkeit der flexiblen Bearbeitung von langfristigen Trends. Bei der Barrierefreiheit ist die Bodengleichheit in den Bereichen der Wohnungen und des freies Sitzes ganz wichtig. Das war z.B. eine Forderung aus der Bauwirtschaft, die die gerne gekippt hätten, weil es im Augenblick bei den technischen Standards so ist, dass es noch teuer ist. Aber ich glaube, mit der Setzung von Standards werden wir im Laufe der Zeit oder wahrscheinlich relativ kurzfristig eine deutliche Verringerung der Kosten in diesen Bereichen erzielen. Schließlich hat sich auch unsere Gesellschaft verändert. Die Barrierefreiheit ist ein Thema, das nicht begrenzt auf wenige Menschen ist, sondern gerade im sozialpolitischen Grundsatz verhaftet ist. Für uns ist wichtig, dass die Teilhabe in unserer Gesellschaft mit dieser Barrierefreiheit, die ganz viele Dinge beinhaltet, auch gewährleistet ist. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU sowie der Abg. Janine Wissler und der Abg. Janine Wissler und der Abg. Janine Wissler Die Änderungen in der HBO sind schon teilweise angesprochen worden. Ich möchte noch einmal auf die Änderungen von den Sonderbauten hinzufügen. Das, was wir jetzt haben, ist eine Ermöglichung ganz kleiner Gruppen, dass die nicht unter den Sonderfall kommen. Wenn es bei größeren Gruppen oder bei anderen Anforderungen, bei ganz speziellen Anforderungen, die Baumaßnahmen unter Sonderbau fällt, finde ich schon, ist es noch einmal wert, hinzuschauen. Ich glaube, gerade in diesen Bereichen ist es wichtig, explizit immer auf die besonderen Anforderungen, die die jeweilige Nutzung erfordert, eingehen zu können und das zu manifestieren. Deswegen bleiben wir dabei. Wenn ein altes Gebäude, ein alter Stall abgerissen wird, dann muss sich der Nachbar auch mit dem Neubau zufrieden sein. Insbesondere sind Anpassungen an die Musterbauordnung getätigt und die Genehmigung der Teilungserklärung durch die Bauaufsichtsbehörde ist meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Punkt. Gerade in den sehr verdichteten städtischen Bereichen ist diese Teilungsgenehmigung teilweise sehr schwierig. Natürlich muss die Bauaufsicht auch ihren Teil dazu beitragen, denn es geht nicht nur darum, A in B und C zu teilen, sondern ganz besondere Anforderungen der Infrastrukturen, der Zugänge und der Nachbarschaftlichkeit müssen dabei berücksichtigt werden. Zum Holzbau haben wir schon einiges gehört. Ich finde es gut, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, für diejenigen, die Holzbau betreiben, auch weiterhin zu ermöglichen, große Gebäude in Holzbau zu bauen, auch mehrstöckige Häuser. Da tut der Brandschutz und diese Verordnung sein Gutes dazu. Ich will es eigentlich einmal bewenden lassen, denn die Änderungen haben wir im Ausschuss ausgiebig besprochen. Zumindest haben wir sie angesprochen. Den Antrag der SPD können wir nicht folgen, weil ich finde, dass Sie den Grundsatz der Anhörung, nämlich die verschiedenen Interessenlagen zusammenzuführen, in Ihrem Antrag nicht berücksichtigt haben. Im Übrigen will ich einmal sagen, Frau Brandt, gut, dass Sie sich so damit beschäftigt haben. Wir können noch einmal ins Gespräch kommen. Aber es geht nicht nur bei der Änderung der hessischen Bauordnung um schnell, günstiger und einfacher. Das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, aber das allein genügt uns nicht. Uns ist ganz wichtig, dass die hessische Bauordnung nach ihrer Neufassung vor allen Dingen den Veränderungen in der Gesellschaft gerecht wird und damit auch Qualität, Quantität und Flexibilität einhergehen. Deswegen finde ich, ist unsere Vorlage gut. Ich bitte Sie um die Zustimmung. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass das nur ein Teilaspekt unserer umfassend wohnungspolitischen Änderungen und Anregungen, die im letzten Jahr getätigt worden sind, zusätzlich zu dem Geld, das in den letzten fünf Jahren eingestellt worden ist, die hessische Bauordnung mit dem Masterplan Wohnen, mit der Allianz für Wohnen. Ein Punkt, wo wir deutlich machen, Wohnen, Stadtentwicklung, Bauen ist uns ein ganz wichtiges Thema. Ich danke Ihnen. Das Wort hat Frau Abg. Wissner für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist schon mehrfach heute Abend gesagt worden, wir müssen mehr in Hessen bauen. Vor allem müssen wir das Richtige bauen, nämlich mehr bezahlbaren Wohnraum. Daran haben wir nämlich einen eklatanten Mangel, ob es in Frankfurt ist oder auch in vielen anderen Städten. Das ist ein Problem, das sich eben äußert durch steigende Mieten, durch Verdrängung aus den Innenstädten. Hier muss dringend etwas getan werden, meine Damen und Herren. Da kann die Bauordnung natürlich nur einen kleinen Schritt beitragen. Aber wenn die Bauordnung dazu beitragen kann, hier Prozesse zu beschleunigen, ohne dass sinnvolle Regulierungen aufgegeben werden, dann ist das grundsätzlich zu begrüßen. Denn was wir brauchen, ist mehr bezahlbarer Wohnraum in Hessen. Ich komme gleich dazu, Herr Lenders. Es ist schön, wie Sie hier aufgetreten sind. Sie haben Ihre Dankbarkeit gegenüber den Regierungsfraktionen und dem Minister im Ausschuss voll zum Ausdruck gebracht. Da hatten Sie ihm auch schon überschwänglich gedankt. Man war kurz davor, das Feuerzeug auszupacken und ein bisschen in dieser Stimmung. Ich finde das toll. Kaum hat Schwarz-Grün in Umfragen keine Mehrheit mehr, schon darf die FDP mal beim Gesetz mitreden. Das ist wirklich großartig. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN ist Herr Lenders überhaupt nicht sein. Das ist ein schönes Gefühl, hier in der EU gebraucht zu werden. Das ist sehr schön. Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der Abg. Dr. Holger Bellino der Abg. Jan Sorn Das können wir sofort beabreden, Matthias. Machen wir sofort. Ich darf Sie ein Thema aussuchen. Wir finden etwas, auf das wir uns einigen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das kriegen wir auf jeden Fall hin, würde ich sagen, inhaltlich. Im nächsten Tagesordnungspunkt geht die Romanze auch weiter, dann gleich bei den Straßenbeiträgen. Aber eigentlich ist es ja eh selbstverständlich, dass eine Regierung nicht einfach komplett wegwischt, wenn eine Opposition etwas vorschlägt. Aber gut, wir sind hier im Hessischen Landtag. Da ist es natürlich unvorstellbar, dass gute Vorschläge aufgegriffen werden. Zum Inhalt möchte ich natürlich auch etwas sagen. Ich habe zehn Minuten Zeit, so groß ist das Gesetz ja nicht. Viele Änderungen in dieser Novelle sind redaktionell, viele sind sinnvoll. Dass die Stellplatzpflicht beim Ausbau und Aufstockung gelockert wird, ist gut. Das senkt die Kosten bei der Schaffung von Wohnraum. Das ist ein wichtiges verkehrspolitisches Signal. Denn in den Großstädten werden Autos, und das ist ja auch gut so, weniger wichtig. Deshalb ist das ein richtiger Schritt. Ich will noch einmal darauf hinweisen, das war schon ein Thema bei der letzten HBO-Novelle vor ein paar Jahren, dass durch den Wegfall der Stellplatzablöse natürlich auch Einnahmeverluste bei den Kommunen bedeuten kann. Beim letzten Mal war das so. Da hat Frankfurt beispielsweise eine Menge Geld gekostet, andere auch. Da ist natürlich schon die Frage, wie man diese Ausfälle in irgendeiner Form den Kommunen kompensiert. Wir halten es für richtig, dass es eine ausgeweitete Stellplatzpflicht für Fahrräder gibt. Das geht sicher in die richtige Richtung. Den Vorschlag der SPD, Garagen jetzt auch rechtlich auf Fahrradstellplätze auszuweiten, begrüßen wir. Das ist ein sinnvoller Vorschlag. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU – Glockenzeichen des Präsidenten – Gerne. – Dass die Definition von Barrierefreiheit angeglichen wird, ist auch zu begrüßen. Aber damit muss dann auch klar sein, dass einheitliche Standards gelten, dass Barrierefreiheit eben nicht nur bedeutet, dass irgendwo eine Rampe ist, sondern dass man wirklich in einer Wohnung selbstbestimmt leben kann. Dennoch – das muss hier schon angesprochen werden – gab es in der Anhörung noch weitergehenden Verbesserungsbedarf durch die Sozial- und Behindertenverbände. Da geht es um existenzielle Fragen, beispielsweise barrierefreie Flucht und Rettungswege. Aber es geht auch um scheinbar banale Alltagsprobleme wie Touchscreen-Steuerungen an Aufzügen oder fehlende Handläufe an Treppen. Auch die Orientierung von Sehbehinderten sollte Niederschlag in der Bauordnung finden, Stichwort Auffindbarkeit neben Barrierefreiheit. Meine Damen und Herren, hier haben Sie eine Chance vertan, hier die Forderungen wirklich aufzunehmen und noch einen größeren Schritt in Richtung Barrierefreiheit zu tun. Diese teilweise sehr konkreten, sehr kleinteiligen Anliegen haben keine Berücksichtigung gefunden. Das finden wir bedauerlich, so wie wir es auch bedauerlich finden, dass die nicht nachvollziehbare Regelung der Toilettenpflicht in der Gastronomie, nämlich dann, wenn es ein Angebot an alkoholischen Getränken gibt, was wir bei der letzten kleinen Novelle diskutiert hatten. Auch dass das ungetastet bleibt, halten wir nicht für sinnvoll. Aber vielleicht geschieht ja bis zur dritten Lesung noch ein Wunder. Wer weiß, es kommt noch eine Umfrage oder so? Ich weiß es nicht. Wenn dieses Wunder ausbleiben sollte, bleiben wir bei unserer Enthaltung in diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Abg. Kaspar für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Hessen wird weiter gebaut, und es werden die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass günstiger und schneller Genehmigungen erfolgen können. Deswegen ist die Novellierung der Hessischen Bauordnung ein guter Schritt nach vorne auf dem Weg, Bauen effizienter und günstiger zu machen. Wir haben verschiedene Dinge in diese Novellierung hineingepackt, die uns voranbringen werden. Ich nenne hier das Thema Holzbau. Holzbau ist eine sehr kostengünstige Form, Gebäude zu errichten. Hessen ist nun einmal das Bundesland, das 40 % seiner Landesfläche Wald hat. Wenn wir uns nicht für den Holzbau einsetzen sollten, wer soll es denn tun? Ich glaube, das ist eine richtige Entscheidung gewesen, den Holzbau massiv zu ermöglichen, indem wir darauf achten, dass durch entsprechende technische Bestimmungen der Brandschutz sichergestellt wird und trotzdem der Holzbau ermöglicht wird. Früher war es in der Bauordnung so, und so findet sich das in vielen Bundesländern in der Bauordnung, dass einfach gesagt wird, für bestimmte Dinge dürfen brennbare Stoffe nicht eingesetzt werden. Darunter hat man dann Holz erfasst und hat dies ausgeschlossen. Wir haben das umgedreht. Wir haben gesagt, im Prinzip kann man jeden Stoff nehmen, der die entsprechende technische Eignung hat. Hier ist es eben so, dass man auch bei Holz darauf achten kann, dass, wenn das Holz entsprechend behandelt wird oder wenn es eingekoffert wird, trotzdem die notwendigen Feuerwiderstandsklassen erreicht, sodass Holzbau möglich ist. Aber wir wissen natürlich, und Brandschutz steht und damit die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle, dass es nicht überall möglich ist. Deswegen haben wir zwei Bereiche für den Holzbau ausgenommen. Das eine sind die sogenannten Brandwände, die verhindern sollen, wenn ein Gebäude brennt, dass der Brand auf das nächste Gebäude überschlägt. Die Gebäude müssen nach wie vor aus Beton oder aus Stein sein. Ab der Gebäudeklasse 5 ist es so, dass die Treppenhäuser ebenfalls gemauert oder betoniert sein müssen. Auch das machen wir mit Rücksicht auf diejenigen, die uns helfen sollen und helfen müssen, im Brandfall nämlich die Feuerwehrleute, dass die ein sicheres Treppenhaus auf jeden Fall benutzen können. Man sieht daran, mehr Holzbau aber auch mit klugem Sachverstand und genau das gemacht, was möglich ist, aber auch das Maximale, was man in diesem Bereich tun kann. Keine andere Bauordnung in Deutschland gibt deswegen dem Holzbau so viele Möglichkeiten, wie wir das hier getan haben. Ich nenne auch weitere Punkte. Wir wollen, dass Bürogebäude, die z. B. temporär leer stehen, weil es nicht den notwendigen Bedarf gibt, kurzfristig auch für Wohnzwecke eröffnet werden können. Hier war früher immer der große Hinderungspunkt, dass, wenn jemand das gemacht hat, er befürchten musste, wenn die Marktlage wieder eine andere ist oder wenn er das Gebäude wieder für Bürozwecke nutzen will, dass dann die Baubehörde zu Recht sagt, die Bauaufsicht sind natürlich ganz andere Regeln. Die sind jetzt alle einzuhalten. Es gibt zusätzliche Ablösepflichten für Stellplätze und Ähnliches. Hier haben wir jetzt ermöglicht, dass man ein solches Bürogebäude, und ich glaube, es ist sinnvoll, bevor man es leer stehen lässt, dass man es temporär nutzen kann für Wohnzwecke, sei es für Studierende, sei es für temporäre Unterbringung von Flüchtlingen, und hat dann die Möglichkeit, es innerhalb von zehn Jahren wieder der alten Nutzung zurückzuführen, ohne dass man hier noch einmal an die Bauaufsicht herantreten muss. Das ist allein dann der Kompetenz des Eigentümers. Auch das ist, glaube ich, ein bedeutender Schritt nach vorne, den es in keinem anderen Bundesland gibt. Ich nenne Ihnen einen dritten Punkt, wo wir einen neuen Schritt hier in Hessen gehen. Das ist der sogenannte erweiterte Bestandsschutz. Es war so, wenn Sie einmal ein Gebäude errichtet haben und brauchten damals zur Errichtung des Gebäudes entweder eine Abweichungsgenehmigung der Baubehörde, weil Sie über das Maß hinausgegangen sind, was im Bebauungsplan war, oder Sie brauchten eine nachbarschaftliche Zustimmung. Sie waren in der Situation, wenn Sie dieses Gebäude erhalten haben, dann hatten Sie den Bestandsschutz. Das heißt, das Gebäude konnten Sie innen renovieren, innen verändern, aber immer erhalten. Nun wissen wir alle, dass nicht zuletzt aufgrund unserer energetischen Vorstellungen, die wir heute haben, oft auch die Außenhülle eines Gebäudes erneuert werden müssen und dass es oft sinnvoll ist, anstelle eines alten Gebäudes, das 50 oder 60 Jahre da entstand, ein neues Gebäude zu errichten. Wir haben in dieser Novellierung den erweiterten Bestandsschutz eingeführt. Das bedeutet, dass nicht nur dieses alte Gebäude dort dauerhaft bleiben kann, sondern wenn dieses Gebäude abgerissen wird und in der gleichen Kubertur, an der gleichen Größe, Breite, Höhe, ein neues Gebäude errichtet wird, auch dieses Gebäude dann an der Stelle stehen darf, ohne dass erneut eine nachbarschaftliche Zustimmung eingeholt werden muss oder ohne dass erneut Abweichungsentscheidungen getroffen werden müssen. Der sogenannte erweiterte Bestandsschutz ist etwas, was es sonst in Deutschland in der Form noch nicht gibt. Aber ich glaube, es ist sinnvoll. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Dann muss ich Frau Barth hier aufräumen mit ihrer Aussage, dass man in Garagen keine Fahrräder abstellen dürfen. Sie haben ja genannt, geregelt ist das in § 2 Abs. 11, im zweiten Satz. Wenn Sie den richtig lesen, dann können Sie sehen, wie eine Garage definiert ist. Natürlich ist eine Garage ein Abstellplatz für Kraftfahrzeuge. Ich glaube, das würde jeder von uns zu sehen. Aber es steht nirgendwo in der Bauordnung, dass Sie in diese Garage nicht auch Ihr Fahrrad reinstellen dürfen, Ihr Pedelec reinstellen dürfen, Ihre Winterräder einlagern dürfen oder Ihre Sommerfelgen hinlegen dürfen. Selbstverständlich können Sie das machen, und die Bauordnung verbietet das nicht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der Abg. Mathias Wagner Was man aber sehen muss, dass wir in Hessen ein System haben, wo wir die Kommunen ermächtigen, Vorschriften zu machen, wenn jemand ein Gebäude errichtet, nämlich Vorschriften dahingehend, wie viele Stellplätze für Pkw sind zu errichten. Was natürlich nicht geht, ist, wenn die Kommune dann sagt, du errichtest das Bürogebäude, du musst jetzt zwölf Plätze erstellen, dass anschließend diese für diesen Zweck errichteten Plätze dann auf einmal als Büroraum oder als Lagerraum oder was auch immer verwandt werden dürfen. Das war schon immer so, und das ist auch sinnvoll. Natürlich geht es darum, dass die Gemeinde will, dass nicht alle Menschen draußen auf der Straße im öffentlichen Raum parken, sondern dass der, der ein Gebäude errichtet, auch einen Beitrag dazu leisten soll, damit die Pkw, der sogenannte ruhende Verkehr, auf dem privaten Grundstück abgestellt werden kann, und eben nicht nur im öffentlichen Straßenraum, der oft schon überfüllt ist. Deswegen ist natürlich klar, dass nicht jeder, der eine Garage hat oder einen Stellplatz, sagen kann, diesen Stellplatz nutze ich jetzt aber für etwas ganz anderes. Aber was überhaupt nicht ausgeschlossen ist, und so haben Sie ja getan, als wäre das der Fall, ist, dass, wenn einer eine Garage hat, er dort selbstverständlich sein Fahrrad und sein Pedelec darin lagern kann. Meine Damen und Herren, zu den anderen Punkten, die Sie seitens der SPD noch vorgeschlagen haben, ein Thema sprechen Sie an, serielles Bauen. Da verkennen Sie aber, dass die hessische Bauordnung schon viel weitergeht. Serielles Bauen, eine einheitliche Genehmigung geben zu müssen für einen einheitlichen Gebäudetyp oder holen zu müssen, macht dann Sinn, wenn Sie überhaupt eine Genehmigung einholen müssen. Wir haben aber in Hessen die Regelung, dass z.B. überall dort, wo es Bebauungspläne gibt und wo derjenige, der dort bauen will, nach den Regeln des Bebauungsplans überhaupt keine Genehmigung einholen muss. Das heißt, es wäre ein Schritt zurück, wenn man jetzt sagen würde, wenn ihr dort fünf Reihenhäuser baut, dann müsst ihr sozusagen Genehmigungen für eins dieser fünf einhalten. Wir haben die Regelung, dass man für keins dieser fünf Häuser eine Genehmigung einholen muss. Wir gehen also mit unserer Genehmigungsfreistellung weiter als mit einer Genehmigungsverpflichtung für serielles Bauen. Auch das ist, glaube ich, ein großer Fortschritt. Meine Damen und Herren, aus unserer Sicht hätte man das Gesetz auch heute verabschieden können. Sie haben aber darum gebeten, dass wir es in einer dritten Lesung behandeln. Dann wird es selbstverständlich auch so erfolgen. Insoweit werden wir nachher noch einmal im Ausschuss vertieft über die Themen sprechen können. – Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Das Wort hat Herr Minister Al-Wazir. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hätte jetzt fast gesagt, zurück zum Kern der Bauordnung. Der Kollege Caspar hat das schon teilweise klargestellt, was hier unter anderem gesagt wurde. Deswegen will ich vielleicht einmal sagen, im Prinzip machen wir hier eine neue hessische Bauordnung, die wirklich auch umfangreich ist, Kollegin Wissler, und nicht nur Kleinigkeiten, die das Bauen erleichtert, die die Verfahren beschleunigt und die die Rechtssicherheit erhöht. Wir führen das elektronische Bauverfahren ein, und wir lindern mit den Mitteln des Bauordnungsrechts auch die angespannte Wohnungssituation. Wir stärken die Barrierefreiheit entgegen dem, was Sie hier gesagt haben, Frau Kollegin Barth, und wir stärken auch Elektromobilität und Radverkehr. Und nicht zuletzt erleichtern wir den Holzbau, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist es eine gute Novelle, die jetzt hier in der zweiten Lesung dem Hessischen Landtag vorliegt. Ich will das noch einmal ausdrücklich verstärken, was Kollegin Förster-Heldmann gesagt hat. Wir haben viel zu tun in unterschiedlichen Bereichen, um den Wohnungsbau zu stärken. Diese Regierung hat die Mittel für den geförderten Wohnungsbau massiv aufgestockt. Kollegin Hinz hat mit der Gründung der Baulandoffensive das zweite große Thema im Wohnungsbau angepackt, und jetzt verbessern wir auch die rechtlichen Rahmenbedingungen. Denn die HBO-Novelle wird das Bauen leichter und schneller machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir erleichtern die Schaffung neuen Wohnraums, unter anderem dadurch, dass wir die Aufstockung und Erweiterung bestehender Gebäude erleichtern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass wir jetzt auch ausdrücklich den Kommunen ermöglichen, dass sie in ihren Stellplatzsatzungen bei der Aufstockung von Gebäuden künftig auf zusätzliche Stellplätze verzichten können. Das macht den Ausbau deutlich günstiger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir erleichtern die Umwandlung von Büro in Wohngebäude. Wenn ich mir beispielsweise in Frankfurt anschaue, was für einen immer noch sehr hohen Prozentsatz an leerstehendem Büroraum es dort gibt, glaube ich, dass das eine große Chance ist, dringend benötigten neuen Wohnraum zu schaffen, weil derjenige, der die leerstehenden Bürogebäude in Wohnraum umwandelt, es leichter hat, zur früheren Nutzung zurückzukehren. Wir setzen darauf, dass das ein weiterer, vielleicht der entscheidende Anreiz ist, diesen Schritt dann auch zu gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will ausdrücklich noch einmal zur Barrierefreiheit sagen, dass die neue Bauordnung, das barrierefreie Bauen, stärker in den Vordergrund rückt. Ich finde, das ist auch mit Blick auf den demografischen Wandel von großer Bedeutung. Wir brauchen Wohnungen, die den Bedürfnissen einer älter werdenden Gesellschaft entgegenkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beifall bei der SPD, der LINKEN und der LINKEN und der LINKEN zur 2020-Regel, die wir da neu einführen, Stichwort mindestens 20 % und höchstens 20 Wohnungen. Ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, Frau Kollegin Barth, entweder Sie sind da einem Irrtum aufgesessen, oder es ist wieder besseren Wissens. Ich will noch einmal ausdrücklich sagen, die Herstellungspflicht für barrierefreie Wohnungen gilt wie bisher ab der dritten Wohnung. Alles andere stimmt nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beifall bei der SPD und der LINKEN und der LINKEN und der LINKEN Gerade wenn man sich einmal überlegt, wo findet der Wohnungsneubau vor allem um den Neubau statt, wo findet der Wohnungsneubau statt? Liebe Kolleginnen und Kollegen, der findet vor allem im Bannungsraum statt. Wie findet der Wohnungsneubau statt, angesichts der knappen Flächen? Er findet dichter statt als früher, liebe Kollegin Barth. Das heißt im Zweifel auch höher. Das bedeutet, dass ich davon ausgehe, dass wir mit der jetzigen Regelung, die wir da eingeführt haben, gerade im Bannungsraum die Chance haben, dass mehr barrierefreie Wohnungen entstehen als mit der alten Regelung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist alles andere nicht richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will noch einmal sagen, es ging bisher vor allem um die Frage, dass man eine Wohnung erreicht. Das ist neu. Es geht darum, dass die wesentlichen Räume einer Wohnung barrierefrei nutzbar sein müssen und ein Freisitz, also Balkon oder Terrasse, schwellenlos zugänglich sein muss. Das gab es bisher nicht. Das ist im Sinne der Barrierefreiheit ein großer Fortschritt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen noch weiteres. Sie wissen ja, dass neue Gebäude ab einer bestimmten Höhe, in der Regel ab fünf Geschossen, der Aufzugspflicht unterliegen. Jetzt gilt, alle bauordnungsrechtlich geforderten Aufzüge müssen mindestens so groß sein, dass sie Rollstühle aufnehmen können. Für alle geforderten Aufzüge sind nun Haltestellen in allen Geschossen vorzusehen, auch im Kellergeschoss. Damit wird der Zugang zu den dort oftmals angeordneten Abstellräumen wesentlich erleichtert. Wir erleichtern den nachträglichen barrierefreien Ausbau von Gebäuden. Die HBO-Novelle macht es einfacher, an bestehenden Gebäuden nachträglich Außenaufzüge und Rampen für Rollstühle und Rollatoren anzufügen. Das erspart aufwendige Umbaumaßnahmen im Inneren und macht in vielen Fällen die barrierefreie Erschließung überhaupt erst möglich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, alles das sind gute Nachrichten für die Barrierefreiheit. Ich komme zu den Fahrrädern, denn da muss ich auch noch etwas korrigieren. Frau Kollegin Barth, ich will das noch einmal ausdrücklich sagen. Wir wollen den Umstieg gerade im Ballungsraum aufs Fahrrad unterstützen, und wir nutzen dazu auch die Möglichkeiten der Bauordnung. Auch Nichtwohngebäude müssen künftig Abstellplätze für Fahrräder haben, sofern die Kommunen in der Satzung nichts anderes regeln. Sie haben es angesprochen, bei Neubauten können bis zu einem Viertel der vorgeschriebenen Kfz-Stellplätze durch Abstellplätze für Fahrräder ersetzt werden. Jetzt sagen Sie, Frau Barth, wer hat schon vier Fahrräder. Das kann ich Ihnen sagen. Ziemlich viele Familien. Ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, wenn man über die Frage nachdenkt, wie man es einfacher machen kann, an dieser Stelle zu bauen und gleichzeitig etwas Attraktives zu machen, dann ist natürlich klar, das ist eine Förderung des Radverkehrs. Gleichzeitig, Stichwort Tiefgarage als Kostentreiber, kann man vielleicht Fahrradstellplätze anderswo besser anordnen. Ich glaube, es hilft am Ende der Mobilität, es hilft am Ende auch der Attraktivität des Fahrrads, und es macht im Übrigen Bauen an dieser Stelle auch kostengünstiger und damit einfacher. Ein weiterer Punkt ist, dass Ladestationen für Elektrofahrzeuge innerhalb und außerhalb von Gebäuden künftig keine Baugenehmigung mehr brauchen. Eine massive Entbürokratisierung unterstützt die Verkehrswende. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein Punkt, der am Ende aufgrund der Anhörung in das Gesetz kommt, ist die massive Stärkung des Holzbaus. Wir sind ausdrücklich immer alle gemeinsam der Auffassung gewesen, dass wir die Verwendung nachwachsender Rohstoffe stärken wollen. Wir haben das sehr lange und ausführlich auch intern diskutiert. Ich bin an dieser Stelle froh, dass wir jetzt zu einer Lösung gekommen sind, die den Holzbau stärken wird. Es gibt da große Potenziale. Die Ergänzung, die wir jetzt machen, ist die Ergänzung der Vorschrift, in der die allgemeinen Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen geregelt sind. Es wird nun die Verwendung brennbarer sogenannte F-90-Konstruktionen grundsätzlich möglich. Das bedeutet, dass die Konstruktion im Brandfall einen Funktionserhalt von über 90 Minuten hat. Wir können jetzt also in Zukunft risikogerecht zwischen unterschiedlichen Holzkonstruktionstypen unterscheiden, zwischen Holzmassivbau, Holzrahmenbau oder sogenannten Hybridkonstruktionen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will das ausdrücklich sagen. Wir wollen die Potenziale des Holzbaus in Zukunft ausschöpfen. Wir brauchen dazu eine Standardisierung von Holzbaukonstruktionen. Das ist, wenn wir ehrlich sind, eigentlich wirklich langfristig nur mittels länderübergreifend gültiger Regelungen zu erreichen. Wir beschreiben jetzt hier einen Weg in der hessischen Bauordnung, der recht systematisch auf die Musterbauordnung abgestimmt ist, genau diese Möglichkeit eröffnet. Ich hoffe, dass die neue hessische Regelung hier beispielhaft wirken kann. Zwei Punkte, die mir noch wichtig sind. Erstens. Der Neubau innerhalb des Grenzabstands. Das ist wirklich etwas grundlegend Neues. Wir ermöglichen, ein bestehendes Gebäude abzureißen und mit denselben Außenmaßen wieder aufzubauen, auch wenn es die einzuhaltenden Abstände für Neubauten zum Nachbarn eigentlich unterschreitet. Das wird helfen. Das wird helfen. Das erleichtert die Innenentwicklung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das erleichtert die Innenentwicklung überall, aber besonders auch im ländlichen Raum, wo wir oft die Situation haben, dass wir da Grenzbebauung haben und ungenutzte oder untergenutzte Gebäude. Ich setze darauf, dass das an dieser Stelle wirklich etwas dauerhaft verändern wird und dass das am Ende auch eine positive Wirkung haben wird. Das elektronische Baugenehmigungsverfahren hatte ich schon erwähnt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die Novellierung der Bauordnung genutzt, um ganz konkrete Verbesserungen zu erreichen. Wir erleichtern das Bauen, beschleunigen die Verfahren, nicht nur, aber insbesondere beim Holzbau. Das ist auch ein Beitrag zur Linderung der angespannten Wohnungssituation. Wir stärken die Barrierefreiheit. Wir stärken den Radverkehr und die Elektromobilität. Es gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren, alles in allem eine runde Sache. Leider können wir das jetzt noch nicht endgültig beschließen, sondern erst am Donnerstag. Wir haben jetzt gleich noch einmal den Ausschuss. Da sage ich Ihnen auch, bringen Sie sich Zeit mit. Wir wollen alle die Punkte, die Sie als Änderungsantrag gestellt haben, auch im Ausschuss diskutieren. Ich bin überzeugt davon, dass es eine sehr gute Sache ist, die wir vorgelegt haben. Ich glaube immer daran, dass man durch gute Argumente auch wirklich viele Menschen überzeugen kann. Deswegen werde ich das auch heute Abend wieder probieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Meine Damen und Herren, damit ist die zweite ... Herr Kollege Rudolph, ich wollte noch etwas sagen. Ich wollte sagen, das habt ihr jetzt davon. Okay. Der Minister hat Zeit, da bin ich ganz sicher. Er hat immer Zeit. Die zweite Lesung ist gelesen und die dritte Lesung ist beantragt. Damit beweisen wir zur Vorbereitung der dritten Lesung den ganzen Gesetzentwurf in den entsprechenden Ausschuss. Kein Widerspruch ist das somit beschlossen.